Liebe Studierende, willkommen zur siebten Videoübung des Semesters zum Thema Carnot-Maschine. In der Vorlesung haben wir den Eisluftmotor angeschaut und die Berechnung dessen Wirkungsgrads nach einer Reihenfolge von einzelnen Schritten durchgeführt. Wir sollen jetzt das gleiche Prozedere für die Carnot-Maschine spezifisch anwenden. Der Kreisprozess für die Carnot-Maschine, dargestellt hier im PV-Phase-Diagramm, das heißt die Volumenabhängigkeit des Drucks, besteht aus vier Komponenten. Von 1 bis 2 isothermisch, von 2 bis 3 adiabatisch, von 3 bis 4 nochmals isothermisch und schließlich von 4 zurück auf 1 wieder adiabatisch. Die Temperaturen der Wärmebäder oder Wärmereservoiren sind T2 respektive T1, wobei T2 höher als T1 ist. Im PV-Phase-Diagramm können wir unsere Kenntnisse aus der Diskussion des ersten Absatzes der Thermodynamik schrittweise anwenden. Ziel ist, die Berechnung von allen Übertragungsformen der verwickelten Energien zu erreichen, das heißt Wärme und mechanische Arbeiten. Wir betrachten zuerst die einzelnen Prozesse. Schritt 1 Von 1 bis 2 ist der Prozess isothermisch, das heißt die Temperatur bleibt konstant. Da keine Variation der Temperatur stattfindet, lässt sich sofort für die Variation der inneren Energie folgendes schreiben. Definieren wir die Variation der inneren Energie als Delta U, in diesem Fall 1,2, nämlich die Variation der inneren Energie zwischen Punkt 1 und 2 im Kreisprozess, bei einem Delta T gleich 0, dies ist auch gleich 0. Aus dem ersten Absatz der Thermodynamik folgt dann, Delta Q2 muss gleich sein minus Delta W1,2, wobei Delta Q2 die zugeführte Wärmemenge ins Motor ist und Delta W1,2 die verrichtete mechanische Arbeit bei der Ausdehnung zwischen Volumen V1 und V2 ist. Aus der Vorlesung wissen wir auch, dass die Wärmemenge nötig für diese Volumenänderung zwischen V1 und V2 beträgt, Delta Q2 ist die allgemeine Gaskonstante R mal die Temperatur T2, die Temperatur des Wärmereservoirs, mal Logarithmus des Verhältnisses zwischen End- und Anfangvolumen, das heißt V2 geteilt durch V1. Diese Delta Q2 ist eine zugeführte Wärme, wie bereits gesagt wurde, und nach unserer Konvention ist positiv zu betrachten. Schritt 2 Von 2 bis 3 ist der Prozess adiabatisch, Das heißt, keine Wärmemenge ist ausgetauscht. Somit können wir schreiben, dass Delta Q2,3 ist gleich 0. Und eben, da keine Wärmemenge ausgetauscht ist, es folgt somit aus dem ersten Absatz der Thermodynamik, dass die Variation der Innere Energie zwischen Punkte 2 und 3, Delta U2,3, muss gleich sein, Delta W2,3, wobei Delta W2,3 wieder eine Ausdehnungsarbeit ist. Die Variation der inneren Energie für die Temperaturänderung zwischen Wärmereservoir T2 und T1 wurde auch in der Vorlesung berechnet und er ist gleich minus CV mal T2 minus T1. Wobei CV die spezifische Wärme bei konstanten Volumen ist. Bei einem adiabatischen Prozess gelten aber auch die Poisson-Gleichungen. Die Zustandsvariable, die hier besonders im Spiel sind, nämlich Temperaturen und Volumen, lassen uns folgende Poisson-Gleichung wählen. Nämlich bei einem adiabatischen Prozess kann man sagen, Produkt zwischen Temperatur und Volumen hoch Gamma minus 1 bleibt überall konstant. Wobei Gamma das adiabatenexponent ist. Gamma definiert als Verhältnis zwischen C, P und C, V, das heißt spezifische Wärme bei konstantem Druck, P und spezifische Wärme bei konstantem Volumen. Diese Gleichung lässt sich auch so unformen, als allgemeine Gaskonstante plus C, V, alles geteilt durch C, V. In diesem Teil des Kreisprozesses zwischen 2 und 3 können wir anhand dieser Poisson-Gleichung folgendes schreiben. Nämlich, dass T2 mal V2 hoch Gamma minus 1, nämlich R durch C, V muss gleich sein wie T1 mal V3 hoch R durch C, V und gelöst nach T2, das ist dann T1 mal V3 geteilt durch V2 hoch R durch C, V. Und das ist eigentlich ganz wichtig später. Wir können jetzt zum Schritt 3 gehen. Nämlich, der Prozess von 3 bis 4 ist wieder isothermisch, das heißt, findet bei konstanter Temperatur statt und lässt sich ähnlich wie von 1 bis 2 in Schritt 1 behandeln. Wir können ähnlicherweise so vorschreiben, dass bei einem isothermischen Prozess die Temperatur bleibt konstant, Delta T gleich 0. Dann können wir sofort sagen, dass die Variation der Innerenergie zwischen Punkte 3 und 4 auch gleich 0 sein muss und aus dem ersten Absatz der Thermodynamik folgt, dass Delta Q1 ist dann gleich minus Delta W3,4. Delta W3,4 ist jetzt eine Kompressionsarbeit. Nochmals aus der Vorlesung folgt die Formel für die ausgetauschte Wärmemenge Delta Q1. Nämlich Delta Q1 ist gleich allgemeine Gaskonstante mal T1 mal Logarithmus des Verhältnisses zwischen Volumen V4 und Volumen V3. Diese Wärme, Delta Q1, ist abgeführt und nach unserer Konvention ist negativ zu betrachten. Und jetzt können wir zum Schritt 4 gehen. Der Prozess von 4 bis 1, wo die Carnot-Maschine, wo der Kreisprozess einer Carnot-Maschine wieder starten kann, ist wieder adiabatisch und somit ähnlich wie von 2 bis 3. Wir können sagen, dass bei einem adiabatischen Prozess Delta Q4,1 muss 0 sein und aus dem ersten Absatz der Thermodynamik folgt, dass die Variation der Innerenergie zwischen Punkte 4 und 1 ist dann gleich Delta W, diese Arbeit 4,1. Und Delta W4,1 ist wieder eine Kompressionsarbeit. Auch hier die Variation der Innerenergie ist dann gegeben, wie wir in der Vorlesung gesehen haben, durch folgende Formel. CV mal T2 minus T1. Und wir können hier schon eine erste interessante Feststellung machen, nämlich, dass die Variation der Innerenergie zwischen 2 und 3 ist gleich gross, aber mit verschiedenen Vorzeichen, als die Variation der Innerenergie zwischen Punkte 4 und 1. Das gleiche gilt auch für die Arbeiten Delta W2,3 respektive Delta W4,1. Das heisst, in einer Energiebilanz diese Übertragungsformen der Energien eben sich auch gegenseitig. Nochmals, aus den Poisson-Gleichungen lässt sich erneut schreiben, auch für die Situation zwischen Punkte 4 und 1, nämlich, dass T2 mal V1 hoch R durch CV muss gleich sein als T1 mal V4 hoch R durch CV. Und nochmals, gelöst nach T2, dies ist gleich T1 mal V4 gedeiht durch V1 hoch R durch CV. Das ist auch ganz interessant, weil dies ermöglicht eine Gleichung jetzt mit dem Ergebnis aus dem Schritt 2,3, also Schritt 2 in dem Fall. Wenn wir jetzt beide Gleichungen hier kombinieren, erreichen wir eine Vereinfachung bezüglich dem relativen Verhältnis der Volumen. Wir können tatsächlich sofort schreiben, dass V3 gedeiht durch V2 muss gleich sein wie V4 gedeiht durch V1. und dies wird später sehr nützlich sein. Zu diesem Zeitpunkt können wir jetzt eine Pause machen.